Kim bei Koch, Folge 109, Azubi-Projekt, CO2-frei unterwegs. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kim bei Koch. Momentan engagieren sich alle Azubis des Fabrikles beim Projekt, das dazu beitragen soll, dass auch mehr junge Menschen beim E-Carsharing CO2-frei unterwegs mitmachen. Wir haben in zwei Workshops schon verschiedene Konzepte ausgearbeitet, die bald in die Umsetzungsphase gehen. Ihr dürft also gespannt sein und ich hoffe, dass wir uns wiedersehen, wenn es heißt Kim bei Koch.